Hallo YouTube Freunde, ich habe mal was Neues, was euch ja wahrscheinlich mal interessieren sollte. Wir sind wieder in der Werkstatt, ihr kennt die Werkstätte von den Saba Aufnahmen, von dem Saba Verstärker, Telewatt Verstärker, Königewand Saba, immer noch das gleiche. Interieur hier ist gar kein großes Problem. Ich wollte euch mal zeigen, wie wir auf die Farbbildröhre gekommen sind, was die Farbbildröhre auf sich hat. Heute hat sich das gelöst, heute haben wir Flachbildschirme, heute haben wir ein anderes System. Aber vielleicht interessiert sich jemand dafür, wie das angefangen hat mit der Farbbildröhre. Meine Lehre war in 64 zu Ende, da hatten wir noch keine Farbfernseher. Die Farbfernseher sind erst in 65, 66, 67 rausgekommen und haben sich dann fortgepflanzt. Aber die Anfangszeit war also eine ganz, ganz hochkomplizierte Sache, eine wirklich hochkomplizierte Sache, die ich euch zeigen möchte. Die Aufarbeitung des Signales war folgendes. Das Prinzip war, es waren drei Farben zu erzeugen. Diese drei Farben, die erzeugt werden sollten, die sind in der Bildröhre erzeugt worden. Es ist keine Farbe übertragen worden, es wurden nur elektrische Signale übertragen. Die elektrischen Signale wurden aufgenommen, die wurden ausgesendet. Die wurden nachher im Fernsehgerät wieder aufgenommen und wurden in elektrische Signale umgemünzt. Über eine Strahlkanone kam die durch die Strahlerzeugung vorne auf den Bildschirm. Wir gucken uns das jetzt mal auf den Bildschirm an. Erstmal im Prinzip, wie das aussehen sollte. Wir hatten eine Delta-Farbbildröhre eingebaut. Das war für uns etwas absolut Neues. Diese Delta-Farbbildröhre war das komplizierteste Massenprodukt und technische Produkt seiner Zeit. Es wurde kein technisches Produkt so lange entwickelt mit solch einer Perfektion. Deshalb wollte ich euch das mal zeigen. Die Anordnung des Strahls war hier drei Strahlerzeugungen mit Blau, Grün und Rot. Das war der strahlerzeugende Strahl. Der kam aus der Kanone heraus. Die Kanone sah so aus, so wie dieses Teil ungefähr. Das ist nur eine Inline-Kanone. Wir gucken uns das später woanders an. Das war die Strahlkanone. Diese Strahlkanone hat hier den Strahl erzeugt, hat den Strahl auf eine Lochmaske gegeben. Die Lochmaske hat Rot, Grün und Blau in einer Richtung durchgelassen. In einer Richtung durchgelassen und hat vorne den Bildschirm getroffen. Der Bildschirm wurde getroffen und zwar Rot, Grün und Blau. Dann wieder Rot, Grün und Blau. Dann wieder Rot, Grün und Blau. Das Ganze 1,2 Millionen Mal. Diese Löcher hier in der Lochmaske waren 400.000 Löcher reingebrannt. Die Löcher waren etwas kleiner, wie an dem Gesicht dieser Punkt hier war. Der Punkt war relativ groß. Der Punkt sollte dann getroffen werden, haargenau. Nicht nur nebeneinander, sondern ganz genau. Und das war der Bildschirm. Der Bildschirm hatte dann jeweils Rot, Grün und Blau einzelne Punkte. Die einzelnen Punkte haben dann das Bild erzeugt. Habe ich Rot in der Kanone gehabt, habe ich nur Rot gehabt. Habe ich Grün gehabt, habe ich Grün gehabt. Habe ich Blau gehabt, habe ich Blau gehabt. Die Mischfarben, die dazwischen kamen, die wurden dadurch erzeugt. Habe ich Schwarz gehabt, wurde gar nichts erregt von an der Bildschirm. Habe ich alle drei Farben Rot, Grün und Blau in einer gewissen Intensität, nämlich 0,3% Rot, 0,58% Grün und 0,11% Blau, gab es ein weißes Bild. Das haben schlaue Leute ausgerechnet. Das war von der Farblehre her. Das wurde organisiert. So, das ist aus einem Buch rausgeholt. Hier steht jetzt drinnen, bei einer falschen Lage des roten Strahls ergibt sich eine Farbreinheitseinfühle, hier Purpur. Das heißt, wir gucken uns das kurz an. Das ist die richtige Lage, wo die drei Strahle durch die Lochmasken durchgehen. Es trifft jeweils der rote Strahl, den roten Punkt, der grüne den grünen, der blaue den blauen. Das war in Ordnung. Hier oben ist jetzt simuliert, dass der falsche Lage war von dem Strahl. Der war ein bisschen daneben. Wenn er ein bisschen daneben war, wurde er ein wenig von Rot und von Grün erzeugt. Von Rot und Grün erzeugt. Und es gab ein Purpur-Fell. Das war das kleine Purpur-Fell, was erzeugt worden ist. Das war ein Farbreinheitsfehler auf der Bildröhre jeweils. Die Bildröhre an sich, nochmal in ihrer Gesamtheit, hat eine magnetische Abschirmung gehabt. Das zeige ich gleich. Hat den Bildschirm gehabt. Hat da vorne die Leuchtschicht gehabt. Hat eine Ablenkeinheit gehabt. Hat eine Konvergenzeinheit gehabt. Hat Farbreinheitsmagnete gehabt. Zum Einstellen dieses Fehles hier oben der falschen Lage. Die falsche Lage bedeutet keine vernünftige Farbe, kein genaues Treffen, sondern seitliches Abdriften. Gucken wir uns doch an. Dann der Farbreinheitsmagnet hier. Und dann der Blauschiebemagnet. Das haben aber nicht alle gehabt. Aber es gab auch welche mit dem Blauschiebemagnet, wo ich Blau nochmal speziell zentrisch einstellen konnte. Das ist jetzt nochmal hier magnetische Feldlinien aufgezeigt. Und zwar mit den Farbreinheitsmagneten. Wirkungsweise der Farbreinheitsmagneten. Damit konnte ich den Strahl einmal den roten bisschen zur Seite, den grünen bisschen zur Seite, den blauen bisschen zur Seite schieben. Habe ich ihn ein bisschen zur Seite geschoben. Habe ich vorne Farbreinheitsfehler gehabt. Es musste haargenau treffen. Der Punkt vorne musste ganz genau treffen. Und zwar Farbpunkt Triebel unter einem Mikroskop. Diese Dreierkombination hieß Farb Triebel. Dieser Farb Triebel musste getroffen werden. Der Farbpunkt war etwas größer, wie einer für sich der Punkt, der aus der Lochmaske herausgekommen ist. Und dadurch war natürlich gewährleistet, Blau war Blau, Rot war Rot, war Grün. Wenn er ein bisschen daneben gelegen hat, das war vielleicht ein Zehntel Millimeter daneben, oder ach noch weniger, noch weniger daneben gelegen hat, dann war es nicht so schlimm. So, wir schauen uns, ich habe eine Bildröhre zerstört. Ich habe auch eine Bildröhre bis ins Detail auseinandergenommen. Wer eine alte Bildröhre sieht, wer einen alten Fernseher sieht, wir schauen uns das bei einem anderen Fernseher auch noch an, der kann erkennen, dass hinten eine Bildröhre, alles in Glas verbunden, richtig dickes Glas. Und zwar ungefähr, Vorsicht, das ist scharf. Das ist ein Teil des Glases hier, was übrig geblieben ist, was hier so rundherum war. So, das passt hier drauf. Das war rundherum. Das ist das Innenleben. Das war das Außenleben. Dieses Glas hatte hier eine Grafitschicht gehabt. Das ist eine haarfeine Grafitschicht gewesen. Die hat die Hochspannung über den gesamten Raum innerhalb der Bildröhre ausgebreitet. Das heißt also, wir hatten da eine richtig hohe Hochspannung innerhalb der Bildröhre und diese Hochspannung hat den Strahl angesaugt nach vorne. Der sollte so stark sein, dass er vorne auf die Leuchtschicht getroffen ist. Die Ablenkung ging über eine Ablenkeinheit. Diese Ablenkeinheit, das war Standard, die wurde gewickelt. Horizontale Spulen, Vertikale Spulen, das war gar kein Problem. Innerhalb der Ablenkeinheit hat den Hals umschlossen. Der Hals guckte so hinten ungefähr raus. Da waren jetzt diese Farbreinheitsmagnete drauf. Diese Farbreinheitsmagnete hatten hier schon Markierungen drauf gehabt. Die Markierungen waren eingezeichnet, damit man sie nicht verdrehen konnte, damit sie sich nicht von alleine verdreht haben. Damit habe ich die Farbreinheit eingestellt, nämlich den Punkt genau auf den roten Punkt, sollte der rote Punkt genau getroffen sein. Das war die Ablenkeinheit, das war auch kein Problem. Das kannten wir schon von der Schwarz-Weiß-Bildröhre. Das war ähnlich, das war neu. Das war die Kanone, die da hinten rausgelegt hat. Das war auch eine Kanone im Inline-Verfahren. Das können wir reinschauen. Das heißt, die drei Punkte, die erzeugt worden sind, die waren in der Reihe nebeneinander geordnet. Die Delta waren auf 120 Grad versetzt. Wir schauen uns die Delta-Röhre gleich nochmal an. So. Das Glas habe ich kaputt gemacht. Dann kam eine Abschirmung für alles. Und zwar die Abschirmung, die lag innen drin. Ein ganz hauchdünnes Blech. Ganz hauchdünnes Blech. Ich habe eine kleinere Bildhöhre gehabt. Die größeren hatten eine größere Abschirmung gehabt. Die Abschirmung musste sein, um das Erdmagnetfeld nicht auf die Lochmaske draufkommen zu lassen. Die Lochmaske saß jetzt eine Sache tiefer. So. Dieses Teil, das wurde von einer Spule, die außen rundherum gelegt hat, die um die Bildhöhre drumherum war, von einer Spule jeweils nach dem Einschalten des Gerätes entmagnetisiert. Das Teil wurde entmagnetisiert. Und hier innen drin die Lochmaske. Vorsichtig, hoffentlich verletze ich mich jetzt nicht. So. Die Lochmaske war, die Lochmaske, wo der Strahl durch musste. Der Strahl war, es waren 400.000 Löcher hier reingeätzt. Diese 400.000 Löcher waren genau so geäzt, dass hier vorne der Farbpunkt erreicht wurde. Man sieht natürlich jetzt mit der Kamera keine Farbpunkte dabei. Denn die Farbpunkte, die werden ja nur aktiviert durch den Elektronenstrahl. Das ist hier innen drin. Da bin ich hier nur dran gekommen. Aber selbst das hier, so was ein bisschen dabei, was so flaumig ist, hier so auseinandergegangen ist. Jetzt bin ich schon durch und habe schon alles kaputt gemacht. Aber das ist hier eh nichts mehr wert. Die Lochmaske war hier an diesen Punkten aufgehängt. Eins, zwei, drei, da drüben auch noch, an den vier Punkten war die Lochmaske aufgehängt. Die musste genau stimmen. Die Lochmaske und die Bildröhre mit ihren Farbpunkten war eine Einheit. Es wurde eine Einheit gebaut. Es wurde nicht Bildröhre gebaut, Lochmaske gebaut, da, 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 das, nichts. Das war in einer Fertigung, in einem Prozess wurde das Teil hergestellt und das Teil hergestellt. Diese Maske hier ist 0,1 Millimeter stark. Ein ganz, ganz dünnes Teil, wenn man hier drauf sieht, verbiegt sich natürlich. Aber es war ja hier innen drin eingebaut, das fielte keine Rolle. Das Teil war aber auch Stahl, war eine Stahlplatte. Diese Stahlplatte hatte sich magnetisch aufgeladen. Das Magnetfeld, das Erdmagnetfeld hat sich hier drauf aufgeladen, hat die Lochmaske magnetisiert, hat den Strahl zusätzlich zu Rot, Grün und Blau seitlich ein wenig abgelenkt. Das heißt also, die Entmagnetisierung dieses Teils und dieses Teils, das musste funktionieren. Hat auch funktionieren, haben schlaue Leute gemacht. Jetzt habe ich ein Fernsehgerät, der alten Bauart, Baujahr 65, 66, gar kein Problem. Dort können wir innen drin reinschauen, wie das hier innen drin nochmal im Originalzustand aussieht. Da haben wir hier eine Entmagnetisierungsspule. Das ist eine dicke Spule, da wurden 220 Volt durchgelegt. Die waren rundherum, hierbei, hierbei und das war hier an diesem Stahlgehäuse und innen drin hat das auf die Lochmaske und auf das Stahlblech, was ich gezeigt habe, gewirkt und hat diese Teile entmagnetisiert. Hier oben war der Anschluss für die Hochspannung, der war hier oben rein, das war die Hochspannungsleitung. Das war ein Grafitbelag. Hier waren jetzt 25.000 Volt drauf. Was ich euch zeigen wollte, ich wollte euch hier nun mal zeigen, wie die Bildröhre aussieht. Für die Delta-Anordnung, so seitlich, ich ziehe mal den Hals, von dem Hals, die Bildröhrenplatte ab, so hat man das genannt. Da haben wir jetzt die Bildröhrenplatte, haben einen relativ dicken Halsglaskolben und dieser Glaskolben hat in 120 Grad versetzt, in 120 Grad versetzt, die Kanone und zwar für Rot, Grün und Blau. Da sehen wir die Spule für die Konvergenz, für die Blau-Lateral, für Blau einzustellen, was elektrisch mit Spule und Spannung versorgt worden ist, die dicke Ablenkeinheit hat für diese Röhre, für diesen Hals eine Ablenkeinheit. Jede Röhre hat ihre eigene Ablenkeinheit gehabt. So, liebe YouTube-Freunde, unsere Bildröhre haben wir gesehen, unsere Lochmaske haben wir auch gesehen. Jetzt habe ich nochmal so einen Fahrfernseher der alten Generationen angeschaltet. Wir schauen uns den an, das Farbfernsehgerät ist eingeschaltet auf Farbe, auf Helligkeit, auf Kontrast. Ich gebe mal ein bisschen Farbe an, habe einen Balkengenerator angeschlossen, der uns eine Farbe erzeugt. Ähnliches Schaltbild hat uns früher der Sender gebracht. Damit konnten wir feststellen, ob das Bild in Ordnung ist, ob es einwandfrei die Farbe übertragen ist. Wie gesagt, die blauen Punkte werden von der blauen Kanone getroffen. Wir können uns das anschauen, sehen wir uns das jetzt da rein. Nein, blaue Punkte werden getroffen, gar kein Problem. Bei schwarz haben wir gar nichts. Bei schwarz ist tote Hose, da ist nichts. Bei rot haben wir nur rote Punkte dabei zu sehen, die werden angeleuchtet. Und bei grün haben wir grüne Punkte, die angeleuchtet sind. Das haben unterschiedliche Intensität, das macht aber nichts. Wir wollen uns auch mal das weiße anschauen. Das weiße haben wir hier. Bei dem weißen haben wir alle drei, aber unterschiedliche Stärke, rot, grün und blau. Die erzeugen dann mein weißes Bild. Dieser Generator kann mir auch nur rot geben. Ich habe nur ein rotes Bild. Ich bringe jetzt mal für das rote Bild die Punkte durcheinander, und zwar mit Hilfe eines Magneten. Mit Hilfe eines Magneten kann ich die Punkte durcheinander bringen. So, da sehe ich jetzt, dass nicht mehr rote direkt aufleucht, sondern dass dabei noch etwas dabei kommt, noch etwas Grünes dabei kommt. So, jetzt habe ich das so magnetisiert, dass die blauen Punkte hier mit durchkommen. Die treffen nicht mehr ihr rotes Loch, sondern die gehen da blau leicht drüber. Dann komme ich ein Stückchen daneben bei, da habe ich eine rote. Diese Röhre ist jetzt an dieser Stelle die Lochmaste magnetisiert. Das heißt, ich muss später das Gerät ausschalten, wieder einschalten. Wenn ich es dann wieder einschalte, wird es wieder entmagnetisiert. Dann ist der Fehler weggekommen. Das gucken wir uns später nochmal an. So, das ist jetzt ein kleiner Farbfleck da drin. Das würde den Kunden stören, wenn er abends seinen Fernseher guckt. Da stimmt jetzt die Strahlung nicht ganz genau. Dafür habe ich eine Entmagnetisierungstrosse. Die Entmagnetisierungstrosse ist nichts anderes wie ein sich drehendes Magnet. Ein drehender Magnet ist ein sich änderndes Magnetfeld. Das änderndes Magnetfeld induziert das Magnetfeld, was da drauf ist, eliminiert das wieder. Der wurde so in Drehung gebracht, der wurde hier drauf gehalten, der wurde so langsam weggeführt und jetzt ist diese Bilddauer wieder entmagnetisiert und der Fleck ist weg. Dieser Entmagnetisierungskreisel war für den Fernsehtechniker mit ein sehr, sehr wichtiges Teil, was er immer bei sich haben musste, was ein heiliges Teil war, wie andere Leute die Zigaretten in der Tasche. Brauchten wir das Teil, haben wir den Fleck gehabt, da kam der rein. Denn dieser Fleck konnte auch durchaus passieren, wenn einer eine dicke Lautsprecher in der Nähe gehabt hat. Hier habe ich jetzt mal so einen Lautsprecher. Jetzt halte ich den Lautsprecher so in der Nähe der Bildröhre. In der Nähe der Bildröhre, jetzt sehen wir, zack, dass sich die Bildröhre magnetisieren. Wenn ich ihn wieder weg tue, der kurze Moment macht nichts. Aber was haben Leute gehabt? Haben hier neben dem Fernseher eine dicke Lautsprecherbox gehabt. Dann war hier ein Farbfleck gewesen, der ist gar nicht mehr weggegangen. Die Lochmaske war so magnetisierend, dass sie nicht mehr zu eng magnetisieren war. Die Leute haben hier ein Leben lang einen Farbfleck gehabt. Da der Farbfleck erzeugt worden ist von der Bildröhre, habe ich keine Chance gehabt. Eine neue Bildröhre kaufen, das war es. Oder den Lautsprecher bei Zeiten weg. Wenn wir bei den Kunden ein Fernseher aufgestellt haben, haben wir aufgeachtet, dass da rechts und links, vorne und unten, rechts und links, keine dicken Lautsprecher waren. Ihr habt gesehen, wie schnell das passieren kann. Das ist ein normaler kleiner Lautsprecher, 5 Watt Lautsprecher. Hat man eine 20, 30 Watt Box gehabt mit so einem dicken Lautsprecher, mit einem stabilen Magneten. Nein, war da der Farbfleck nicht mehr rauszukriegen. Ihr habt es gesehen, das war es für heute. Farbauaufbereitung mit Hilfe der Farbbildröhre war für uns damals Neuland. 400.000 Löcher, 1,2 Millionen Punkte. Die Stärke der Lochmaske 0,1 Millimeter. Das als Daten. Der einzelne Punkt, der Farbpunkt war 0,3 Millimeter, was wir eben über das Vergrößerungsglas gesehen haben. So, das war es. Bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Tube Tube-Ferunde. Vielen Dank.